So, zu den Mechaniken. Grundsätzlich ist das ein ganz weirder, anderer Fight. Und eigentlich ganz cool, dass Blizzard sowas mal gemacht hat damals. Denn man muss den Boss nicht töten, sondern heilen. Der Fight startet, dass der Boss da am Boden liegt, 50% HP hat. Und wenn der Boss 100% HP erreicht, dann ist der Fight gewonnen. Das heißt, man muss heilen. So. Während des Kampfes spawnen von rechts und links aus diesen vier Eingängen. Validria liegt hier in der Mitte rum. Guck nach unten. Die liegt da einfach. Spawnen aus diesen Ecken hier adds. Und zwar Blazing Skeletons, Risen Archmage, Suppressions. Blistering Zombie und Glutinous Abominations. Und für diese Ads gibt es eine Prioritätenliste, wer davon irgendwie gefährlicher ist und wer nicht. Da komme ich gleich drauf ein, wenn wir uns den Fight da mal genauer angucken. Zusätzlich spawnen noch in dem Raum Nightmare-Portale. Und diese Nightmare-Portale, die kann ich ein bisschen runter machen natürlich. So besser? Ansonsten schreibt ich gleich nochmal. Die Nightmare-Portale, die spawnen rund um den Boss herum. Und Heiler können da reingehen. Und dann kommen die in so eine zweite Ebene. In so eine Halbtraum-Ebene. Und dort fliegen so Kügelchen rum. Und die können die einsammeln. Und wenn sie die einsammeln, kriegen sie einen Buff. Der einmal die Heilung erhöht. Jeweils um 10%. Und dann noch die Mana-Regeneration erhöht. Und so weiter. Im heroischen Modus macht das aber auch Schaden. Das heißt, wenn du so einen Orb einsammelst, kriegst du Schaden. Und viel mehr passiert in diesem Fight tatsächlich auch nicht. Und jetzt gehe ich mal auf ein, was genau passiert. Und wie man das am besten hinkriegt. Und es gibt auch einen ziemlich kranken Cheese, den man machen kann. Was den Fight sehr trivial macht. So. Der Raid grundsätzlich teilt sich mehr oder weniger in zwei Gruppen auf. Oder drei Gruppchen. Eine Gruppe steht hier auf der rechten Seite mit einem Tank. Ein paar Milli-DDs. Und ein paar Range-DDs. Ähm. Äh, ja. Papa Nappo ist aktuell. Kannst dich einfach bewerben bei uns. Und auf der anderen Seite steht noch ein Tank. Mit einem Gruppchen DDs. Und ein paar Range-DDs. Und dann habt ihr Heiler. Die stehen in der Regel hier in der Mitte. So. Das ist so die grobe Aufteilung. Das heißt, ihr müsst für euren Raid am besten in so einem Spreadsheet. Ich meine, ähm. Ich kann sonst einfach mal kurz zeigen, wie wir das haben. Weil zusätzlich zu den, ähm, zusätzlich zu den Nodes, die wir haben, haben wir halt ein Spreadsheet. Dass ich nicht die Aufteilung und so in die Nodes reinschreiben muss. In die Nodes kommen halt die Cooldowns. Und, ja, hier könnt ihr dann, ähm, Gruppchen einfach drin einteilen. Ja, da machen wir ja noch einen Tab in Gruppe links, Gruppe rechts. Und gut ist. So. Damit jeder weiß, okay, ich bin auf der linken Seite, ich bin auf der rechten Seite und so weiter. Ähm. Von diesen Seiten aus kommen verschiedene Ads. Und zwar, ich glaube, das waren fünf an der Zahl, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Und dann machen wir hier einfach mal eins, zwei, drei, vier, fünf. Es gibt eine Priorität, ähm, ja, das Sheet hat, äh, einer unserer Office gebaut. Ja. Es gibt eine Priorität, wie man diese Ads tötet. In welcher Reihenfolge. Weil, die kommen die ganze Zeit hier so rein und manche sind gefährlicher als andere und manche müssen schnell getötet werden. Die oberste Priorität hat immer das Blazing Skeleton. Das ist immer an oberster Stelle. Wenn das spawnt, muss die Seite, wo ihr eingeteilt seid, sofort da drauf gehen. Denn, A, macht der so einen Fireball, der ist nicht ganz so wild, aber dieses Lay Waste deals moderate fire damage to all players in the room every two seconds for twelve seconds. Und dieses moderate würde ich mal in heavy austauschen. Wenn, das ist ein Cast, den fängt der an und dann kanalisiert der den für zwölf Sekunden und den kann man auch nicht kicken. Und das macht richtig viel Schaden. Also wirklich richtig viel Schaden. Ähm, deswegen müssen die immer zuerst umgefokust werden. Ich würde euch auch empfehlen, diese zwei Gruppen, die ihr habt, einzuhalten. Lauft nicht von rechts nach links, von rechts nach links, sondern bleibt in euren Gruppen. Wenn ihr eine normale Raid-Kombo habt, dann ist das, was ihr hier habt, absolut ausreichend. Absolut ausreichend. Und durch den Cheese, wo ich gleich noch drauf einkomme, braucht ihr hier bei dem Fight auch nicht irgendwie acht bis zehn Heiler oder sowas. Absolut nicht. Denn drei Heiler reichen, um die Alter da hoch zu heilen. So. Dann gibt es als nächstes, was so die zweithöchste Priorität hat, diese Suppressor. Das sind so kleine, ja, wo hat man die schon mal gesehen? Wahrscheinlich in, ähm, in Icecrown laufen die irgendwo rum. Ähm, so ghoulartige Viecher. Die haben auch keine Agro. Die laufen einfach hier rein und laufen direkt auf Validria drauf zu und fangen an, die zu attacken. Ähm, das heißt, sobald ihr die seht und kein Blazing Skeleton ab ist, könnt ihr da instant drauf switchen und müsst keine Angst haben, dass ihr irgendwie Agro von denen zieht. Denn diese Suppressor, wenn die an den Boss drankommen, A, die Ads haben alle so die Aufgabe, Validria zu töten. Und die meisten Ads lassen sich halt ablenken von der Gruppe, also von uns. Aber die Suppressor nicht, die rennen einfach straight auf die zu und umso mehr Suppressor auf die drauf hauen, umso höher wird, ähm, der Heal Reduce von denen. Und das ist immer so ein Grüppchen von fünf oder so, fünf oder sechs Suppressern. Und dann kommt schon relativ viel weniger Healing auf den Boss. Das ist die zweite Priorität. So, die dritte Priorität hier, ich würde mal fast sagen, die Abominations, aber alles das, was jetzt kommt, würde ich eher so auf eine Stufe ungefähr setzen. Circa. Ja, das heißt, vier und fünf ist gar nicht so wichtig. Circa so würde ich die einstufen. Ja, das heißt, wenn Blazing Skeleton ab ist, alle da drauf. Ist keins ab, aber die Suppressor sind ab, geht ihr da drauf. Und ansonsten haut ihr auf das, was gerade halt kommt. Ja, die kommen auch nicht alle gleichzeitig. Ähm, einmal zu den Ads. Wir haben so eine Abomination, die sieht auch genauso aus wie so ein Patchwork. Und diese Abomination, die hat einmal einen kleinen AOE, der Schaden macht auf alle in der Umgebung. Ähm, Nature Resi Totem hilft übrigens bei dem Fight, weil einige Sachen Nature Schaden machen. Feuer Resi hilft durch wegen den, ähm, Blazing Skeletons. Und Frost Resi hilft auch, äh, wegen den, äh, Risen Art Mades, wo ich gleich drauf eingehe. So, grundsätzlich ist das aber alles nicht so ultra wild, was sie macht. Das Nervige an der oder das, was Leute töten kann, ist, wenn diese Abomination stirbt, dann springen aus der Abomination so kleine Würmer raus. Und das sind recht viele, irgendwie so acht Stück oder so, acht bis zehn Stück. Und die fangen, die hauen instant auf die Leute drauf, die da sind und die machen natürlich in der großen Anzahl auch relativ viel Schaden. Eure Tanks, also ich als Tank, es ist schwierig, wenn ich nicht gerade einen Zapper oder so habe, auf acht Mobs instant schnell die Agro zu bekommen. Ähm, was da natürlich hilft, ist, äh, wenn auf jeder Seite zum Beispiel ein Schurke ist, der genau da für Tricks bereithält, ja. Ähm, dann gibt es noch die Blistering Zombies. Das sind, ja, so Ads wie bei, ähm, wie beim zweiten Boss Lazy Death Whisper, wenn da eins der Frantic sich verwandelt. So sehen die auch aus. Ähm, der hat Corrosion, äh, on each melee hit applies to the tank, a debuff that deals moderate nature damage every six seconds and reduce the tank's armor by 10%. Wenn die zu lange auf eure Tanks draufhauen, dann machen die schon fett Schaden. Und das sind so die Mobs, wo man als Tank auch gerne einen defensiven Cooldown ziehen kann und sollte. Ähm, ja, und dann hat der noch so einen Acid Burst, ähm, ich weiß gar nicht, ob man den... Ob der den nur nach vorne macht, bin ich mir nicht sicher, ja. Aber grundsätzlich, außer für die Tanks, ist der Mob jetzt nicht so schlimm. Wenn gerade nichts anderes ab ist, dann können ihr Tanks den auch einfach ein bisschen kiten. Oder als Hunter kann man auch sehr gut den einfach taunen und ein bisschen kiten, damit der nicht unbedingt auf irgendjemanden draufhaut. Ähm, so. Und dann haben wir noch diese Risen Arc Mages und die machen Frostbolt-Volleys, ähm, die setzen so eine Fläche unter den Spieler, ähm, wo dann Frostschaden rauskommt und die Spieler hochnocken, äh, und machen noch so eine Mana Void. Äh, auch so eine Fläche, wo Leute rauslaufen müssen, die die Mana zieht. Und grundsätzlich, dieser Risen Arc Mages stirbt aber auch sehr schnell weg. Ist halt so ein Stoffi-Typ, Mage-Typ, ne, also ist jetzt nicht das Problem. Habt einfach nur im Kopf, kommt ein Blistering, äh, so ein Blistering Skeleton, äh, Blazing Skeleton, dann haut den Instant weg. Seht ihr die Suppressor, haut die weg, die haben kein Agro-Table. Ähm, habt ihr eine Abomination, passt auf, wenn die stirbt, da kommen die Würmer raus. Ich glaube, der Blistering Zombie, auch wenn's da nicht steht, der explodiert, wenn er stirbt. Das heißt, geht von dem weg, wenn er stirbt, dass ihr den Schaden nicht abkriegt. Und diese Risen Arc Mages, ja, keine Ahnung, haut die einfach um. Die machen echt überhaupt, äh, nix Wildes. Aber den tue ich mal so dabei. So, und die kommen die ganze Zeit aus diesen vier Ecken hier rausgelaufen. Und latschen mehr oder weniger in Richtung eurer Heiler, weil die erstmal Heilago haben. Und ihr tankt, ihr sammelt die dann einfach auf, ähm, und killt die da, wo sie herkommen. Passt nur auf, lauft nicht zu weit da rein, denn die kommen relativ schnell. Bleibt immer hier so in dieser und dieser Umgebung, damit ihr schnell da hin, schnell hier hin könnt. Ja, von hier kommen diese Ads reingerannt. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe aller DDs und aller Tanks. So, dann kommen wir mal zur Hauptmechanik des Kampfes. Die Hauptmechanik in diesem Kampf ist es ja, den Boss hoch zu heilen. Und der Boss startet mit 50% HP. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie viel man hochheilen muss, aber es sind ein paar Millionen, die man reinheilen muss. Also, ist schon eine Menge. Wir brauchen für diesen Fight, oder früher wurde für diesen Fight einfach viel mehr Healer eingepackt. Normalerweise laufen wir mit fünf Heilern rum. Und hier wurden dann einfach so acht, neun Heiler eingepackt, damit dieser Fight halt schneller kaputt geht. Mehr DPS, Boss wird schneller gekillt. Mehr HPS, Boss wird schneller hochgeheilt. Und so kann man den Fight abkürzen. Wir brauchen ja dauerhaft Heiler hier draußen für. Und diese Heiler können auch nicht mit ins Portal. Denn alle 30 Sekunden circa spawnen hier... Haben wir die hier irgendwo? Portale? Nightmare-Portale. So, und diese Portale, die spawnen hier so ringsrum um den Bus. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viele es genau sind, aber es sind schon ein paar Portale. Wahrscheinlich irgendwie so drei überall. Keine Ahnung. Ungefähr so sieht das Ganze aus, ja. Jetzt nagelt mich nicht darauf fest, wie viele das sind. Ich hab sie nicht nachgezählt. Wenn die Portale spawnen, dann können Healer zum Portal laufen, draufklicken und dann landen sie in diesem Nightmare Realm. Und dort können die fliegen. Ja, da fliegen die durch die Luft. Und überall hier oben in der Luft schweben dann so kleine Kugeln rum. Da wir ja nicht alle Heiler da reinschicken können, da wir ja Heiler draußen brauchen, machen wir quasi so eine kleine Heiler-SEK-Truppe, die da reingeht und sich den Buff holt. Denn die Heiler, die sich diese Buffs holen, die heilen natürlich viel, viel mehr und sind auch dafür zuständig, Validria zu heilen und nicht den Raid. So, und wir haben ja vorher gesagt, ich mach die hier mal hinweg, dass man so von früher noch kannte, dass man halt einfach mehr Heiler reingebracht hat. Nehmen wir jetzt einfach mal unser klassisches Heal-Setup. Zwei Parlers, ein Diszi, ein Shami und ein Duruhila. So, das ist das klassische Heal-Setup, was man hier so hat. Ähm, wenn ihr aussuchen müsst, welcher Heiler ihr draußen lasst, dann lasst immer den Diszi draußen. Denn Schilde auf die Alte bringen gar nichts. Aber ein Diszi kann sehr gut sehr viele Leute im Raid heilen. Als zweites würde ich noch, weil ich würde Minimum zwei Heiler draußen lassen. Ich würde dann den Shami noch draußen lassen. Ähm, und dann würde ich mehr oder weniger die drei hier reinschicken. So, jetzt kommt's aber. Paladine sind extrem stark, was Healing auf Validria angeht. Denn auf dem Boss kann man Beacon setzen. Und Beacon funktioniert ja so, das wird auf einen Spieler oder auf die drauf gesetzt. Dann heilt man jemand anderes. Und die Heilung, die man auf den anderen erzeugt, kriegt der Beacon auch mit ab. Das heißt, wird dupliziert. So. Wir machen es so, dass wir für diesen Fight unseren Schamanenheiler, quasi, der hat einen Schami und einen Parler, dass wir unseren Schamanenheiler auf seinen Parladin schicken, um einen dritten Parladin zu bekommen. Wenn ihr das nicht habt, halb so wild, dann weckt irgendjemand anderen mit rein. Dudu, Hilo oder sonstiges. Kackegal. Wir machen es auch so, dass unsere Ele-Shammy auf Heal-Shammy geht bei dem Fight. Das heißt, wir haben weiterhin einen Shami im Raid, aber einen Parler mehr. Und dann haben wir ja noch unseren Dudu-Heal und den lassen wir auch einfach mit draußen, weil den brauchen wir nicht drin, nur wenn wir drei Parlers haben. Wenn ihr nur zwei Parlers habt, dann könnt ihr da gerne den Dudu mit reinschicken. Und wenn ihr dann noch irgendwie eine Eule habt oder keine Ahnung was oder euer Shadow, der auf Holy specken kann, dann lasst den auf Holy specken und packt den da noch mit in diese Gruppe rein. Denn ich würde fast sagen, dass ein Parler so viel heilt wie ein Dudu und ein Holy Priest zusammen. Also wie ihr das dann macht, das müsst ihr selbst für euch entscheiden. Aber entweder schickt ihr drei Parlers rein oder vier andere. Ja, aber auf jeden Fall eure Parler-Diene. So. Warum sind Parler-Diene denn so übertrieben stark daran? Und jetzt kommt der Cheese. Beacon heilt ja, verdoppelt ja quasi den Heal, den man macht. Und es gibt Talente zum Beispiel von einem Paladin, die kann ich euch kurz zeigen, die die Heilung, die man bekommt, erhöhen. Und der Paladin hat davon ein Talent zum Beispiel, was die Heilung um 5% erhöht. Das heißt, packt der Paladin das Beacon auf den Boss und heilt sich selber, heilt er einmal natürlich die Prozente, die er einsammelt in diesen Portalen. Und das sind in der Regel so 4, 5 von diesen Orbs. Also 40% mehr plus nochmal 5%. So. Aber jetzt kommt der Cheese. Wenn ihr ein Huntime-Rate habt, dann gibt's da eine Möglichkeit, die erhaltene Heilung von seinem Pet um 50% zu erhöhen. 50. Und zwar ist das... Wenn die sich ein Gorilla-Pet holen, dann gibt es Blood of the Reno. Das erhöht die Heilung um 40%. Und zusätzlich können die noch Spirit-Bond specken, was die erhaltene Heilung nochmal um 10% erhöht. Das heißt, packen die das Beacon auf den Boss und heilen dann dieses Pet, dann heilen sie nicht nur um 50% mehr, wenn sie 5 von den Kugeln eingesammelt haben, sondern um 100% mehr. Wenn sie dann dazu noch die Splash-Glyphe von dem Holy Light reinmachen, das splasht mit auf den Boss. Und ich glaube, das sind nochmal 50% oder so. Da müsste ich jetzt lügen. Kann auch weniger sein. Das heißt, da kommt massiv viel Heilung rein. Also lächerlich viel Heilung. Wirklich lächerlich viel Heilung. Wenn ihr diese Taktik macht, dann könnt ihr viel, viel, viel weniger Heiler in diesem Kampf mitnehmen, als wenn ihr diese Taktik nicht macht. Denn ein einziger Parler heilt dann für so viel wie zwei andere Heiler. Weil die können diesen Cheese mit 50% mehr Heal durchs Pet nicht machen. Das können nur Parler-Diene machen. Ich rede jetzt von unserer Raid-Gruppe. Wir haben hier drei Parlers bei dem Fight. Aber ihr könnt das beliebig für euch abändern. Zwei Parler-Diene hat jeder. Dann packt euren Dodo und einen Holy Priest oder so mit rein. Und ihr seid auch fein. Dann dauert es halt vielleicht ein paar Sekunden länger. Wenn überhaupt. Aber wir gehen davon aus, die Gruppe ist so wie unsere Gruppe. Dann haben wir den Dudu-Heal, den wir haben. Den können wir auch mehr oder weniger auf den Shami schicken. Weil die hat auch einen Shami. Dann könnten wir eine Gruppe spielen mit ganz normal fünf Pfeilern. Ein Shami, ein Diszi und drei Parler-Healer. So. Der Shami und der Diszi sind dafür da, um die Gruppe hier draußen am Leben zu halten. Der Shami gibt schön Nature-Resi noch. Gibt ein bisschen Gruppenheilung. Und der Diszi kann schön alles durchschilden. Die müssen auch nicht wirklich auf den Boss drauf heilen. Überhaupt nicht. Ja, ich glaube, das ist passiv. Also ich kenne mich mit Hunter nicht so sehr aus. Ich habe meinem Hunter einfach gesagt, hier, da, kennst du das? Okay, mach das. Da müsstet ihr mal die Hunter bei euch in der Gilde fragen, wie genau das funktioniert. Ich weiß nur, man braucht, glaube ich, irgendwie einen Gorilla-Pad, weil der hat das als Skill oder irgendwie sowas. Und das andere ist im Beastmaster-Tree, dass der nochmal zehn Prozent mehr bekommt. Wenn ihr das nicht habt, ein Feral zum Beispiel kann, glaube ich, auch skillen, dass er 20 Prozent mehr bekommt. Also, da geht schon was. Ich weiß gar nicht, ob man Validria buffen kann. Wenn man sie buffen kann, könnte auch Amplify Magic draufballern. Ja, das erhöht die Heilung ja auch nochmal. Ähm, so. Das heißt, der Shami, der Diszi, ja, ich schaue mir das später an, Papa, danke dir. Weil ich bin derjenige, der die bearbeitet und kann gerade nicht. Ähm, hab gerade nachgeguckt, das ist ein Talent für alle Tenacity-Tankpads. Okay, also, einfach irgendein Tankpad, dann wird wahrscheinlich auch ein Bär oder so da drunter gelten. Ähm, müsst ihr einfach mal schauen. Ja, aber alleine zu wissen, dass es halt so einen übelsten Schieß gibt, der Kampf ist generell nicht sehr schwer, aber das macht den komplett trivial, diesen Kampf. Ähm, denn die Gruppe, die ihr da reinschickt, die muss sich da drinnen koordinieren. Ja, die müssen zusammenkommen und dann müssen die zusammen diese Kugeln touchen und dann kriegen die alle den Buff. So, und dann gibt es noch einen kleinen Schieß. Denn, wenn die Piler drinnen sind, dann zählen sie, warum auch immer, als Mounts. Und ihr könnt dann eure Reit-Aura anmachen und fliegt 20% schneller. Und wenn ihr Auren-Mastery anmacht, fliegt ihr 40% schneller. Und dann können die Palas nacheinander Auren-Mastery mit Reit-Aura anmachen und dann fliegen die da super schnell durch diesen Raum. Also, Palas sind komplett broken für das, für die Mechanik. Sind auch so komplett broken, aber dafür noch mehr. wenn dann diese Portale spawnen, dann geht ein Parler hier hin, ein Parler hier hin, ein Parler dahin. Dann klicken die da drauf, die Portale verschwinden und die sind dann in diesem Nightmare Realm. Gibt vorher einen eurer Palas, der den Weg angibt, mag, dann treffen die sich da drinnen und dann fliegen die hier zu Orb, da zu Orb, da zu Orb, da zu Orb. immer so gegen den Uhrzeiger sind. Und irgendwann fallen sie dann raus, landen hier unten, haben das Beaken auf den Boss und pumpen volle Pulle Heal in das Pad rein. Und dann kommen wieder neue Portale, dann geht wieder ein Parler hier hin, ein Parler dahin, der Parler hier geht dahin, gehen wieder in die Portale rein, die Portale verschwinden, die treffen sich im Nightmare Dingen wieder, fliegen zum nächsten, fliegen zum nächsten, fliegen zum nächsten, fallen wieder raus und Rinse and Repeat, immer wieder holen, bis der Bus hochgehalten ist. Und in der Zeit kümmern sich hier draußen die beiden Gruppen um diese Ads. Ich habe hier ein Video von Katzer Gaming, könnt ihr gerne mal ein Like irgendwie da lassen, wo man das Ganze einmal ganz gut sieht. Ja, das da sind diese roten Orbs, auf Normal sind die grün, soweit ich weiß. Da stellen die sich auf, dann gehen die Portale auf, die klicken drauf und dann kommen die in diesen Nightmare Realm und hier fliegt die alte rum. Jetzt treffen die sich an so einem Orb, klicken das, bumm, und dann kriegen die diesen Debuff, der hält glaube ich für 35 Sekunden und jeder Debuff oder irgendwie so erhöht die Heilung um 10%. So, bumm, zum nächsten Ja, ist manchmal ein bisschen schwerer, dass sie auslösen, zum nächsten Ja, und man sieht Reitauras an, die haben auch gerade Aurenmastery geschmissen, dann fliegen die da super schnell rum, zum nächsten So, dann fallen sie raus, ich weiß gar nicht, ob die hier diesen Cheese tatsächlich machen, ja, die heilen sich einfach selber, wenn ihr diesen Cheese macht, dann könntet ihr diese Heilung hier um 50% erhöhen, dann würde die Heilung jetzt schon 45.000 machen, und die Zahl hier neben, das ist dieser Splash Damage vom Holy Light, und ihr seht gleich, dass diese Heilung relativ schnell sich steigert, so, jetzt kommen die nächsten Portale, da sind immer die Punkte, wo diese Portale kommen, man stellt sich direkt schon wieder da auf, früh genug, heilt in den Boss rein, geht wieder in die Portale, folgt einfach immer dem Leader, so, und wenn ihr das nur mit drei Paladin macht, ähm, und diesen Cheese benutzt, drei Leute hier drin zu koordinieren, und vor allen Dingen draußen an die Portale zu schicken, ist wesentlich einfach als irgendwie fünf, sechs Heiler da rein zu schicken, denn bei fünf, sechs Heilern dauert es auch viel, viel länger, bis die hier sich dann getroffen haben, und, 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 ähm, und vor allen Dingen hat man auch dann nochmal viel mehr DDs für draußen, ja, das heißt, draußen wird auch einfacher. So, die poppen die Dinger, fallen runter, wenn ihr auf HC hier drin rumfliegt und die Dinger poppt, dann kriegt ihr Schaden, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, aber heilt euch dann selber. So, dann kommt man wieder raus, Beacon ist aktiviert, ja, und packt hier auf das, was die heilen, einfach nochmal 50% oben drauf, ne, weil man, ja, und nicht 50, 45, weil die haben ja selber auch 5%. Dann kommen wieder die Portale und so weiter und so fort. Also, und das ist quasi der Fight aus Heiler-Sicht. Und, das wär's im Grunde genommen auch schon zu dem Boss. Ihr lauft von hier unten rein, äh, hier stehen vier Ads um die rum, die müsst ihr am Anfang töten, die können mehr oder weniger gar nichts, ähm, teilt eure Navy Seal Heiler-Truppe ein, die da hoch gibt, gebt einen davon Mark, dass er der Leader ist, dass sich die Leute unten darin treffen, benutzt in dieser Albtraumphase, ähm, die Reit-Aura, benutzt Auren-Mastery mit Reit-Aura, dann fliegt ihr nochmal doppelt so schnell, ähm, teilt eure Gruppen draußen in zwei gleichwertige Gruppen auf, wenn's geht, auf beider Seiten einen, äh, Schurken hinstellen, killt die blaisigen Skeletons, killt die Glutons, passt auf, wenn die Abomination stirbt und die, die kleinen Wilma spawnt, passt auf, wenn, äh, der Zombie stirbt, äh, der Blistering Zombie, dass ihr früh genug weggeht, denn die explodieren, ähm, stellt Nature-Resi hin, habt ne Feuer-Resi-Aura an, äh, habt ne Frost-Resi-Aura an und dann ist das mehr oder weniger ein Selbstläufer. Und, selbst wenn ihr jetzt mehr Heiler habt, oder, ne, ist alles in Ordnung, ihr könnt hier auch noch, wenn ihr ein Dudu dabei habt, lasst den Dudu da draußen stehen, wenn ihr hier nicht drei Palas habt, dann nehmt halt zwei Palas und einen anderen Heiler, oder andere zwei Heiler, das ist alles völlig in Ordnung. Der Boss ist nicht der Boss, der euch irgendwie lange aufhalten wird. und dann nehmt halt. Das ist nicht